Ja, liebe Leute, hier mit wieder hallo und herzlich willkommen zurück zu Lost Ember. So, wir sind hier stehen geblieben im letzten Part. Oh Gott, ich glaube, ich werde lieber zu Malfi und schaue mir mal kurz an, wie wir eventuell da hochkommen. Ich dachte, mit Fliegen geht's. Müsste ja theoretisch auch irgendwie mit Fliegen gehen. Die Frage ist natürlich nur, welches Tier? Und auch selbst hier hochzukommen? Achso, wir müssen einfach am Rand entlang. Okay, gut. So, ich denke, der größte Vorsprung könnte es theoretisch machen. Jetzt ist nur die Frage, wo haben wir denn die Tiere? So, hier haben wir eins. Kann ich irgendwie auf irgendwas drauf oben da vielleicht ein bisschen besser? Haben wir das schon untersucht? Nein, haben wir nicht. So, ein Hammer. Ein einfaches, aber vielseitiges Werkzeug. Trinken wir es nicht? Okay. So, ich wollte ein Thema ansprechen. Und zwar habe ich gestern mit jemandem darüber geredet wegen Einzelspiele. Also Multiplayer auch. Und Einzelspiele. Und er hat gesagt, er mag Einzelspiele. Also so Solospiele eigentlich nicht so sehr. Er spielt lieber Multiplayer. Verstehe ich auch. Teilweise. Aber ich spiele halt gerne Solo aus folgenden Gründen. Schalte ich halt gerne ab von dieser Welt sozusagen. Und sondere mich ein bisschen ab. Das klingt jetzt so... Ähm... Ja, also müsste ich das... Aber es geht darum, dass ich vom Alltag etwas wegkomme. Mich... Also runterfahren kann von dem Arbeitsstress oder von diesem Alltag und so. Und mich einfach entspannen kann. Ja. Und deswegen mag ich diese Solospiele, wie zum Beispiel jetzt Lost Ember. Und deswegen sage ich auch, wahrscheinlich wird das mein Lieblingsspiel von diesem Jahr oder das beste Spiel von diesem Jahr, weil man hier sich voll entspannen kann, ja. Ich denke nicht, dass man hier unter Zeitdruck steht. Irgendwie, du musst jetzt das und das gemacht haben in der und der Zeit. Und beim Multiplayer ist das halt so, du musst immer on sein, ja. Und dieses blöde, du musst immer überall on sein. Und, äh... Ja. Also die wenigsten spielen ja heutzutage noch über Splitscreen, ja. Ich mochte diese Splitscreen-Spiele früher enorm. Weil da kannst du mit deinen Geschwistern und so und so weiter und so fort spielen. Deswegen muss ich auch sagen, ja. Okay, ich hab den Fallenkrepp verloren, was ich nicht sagen wollte. Gut. Ja. Also was ich ja nicht habe, ich habe ja keine Freundin oder Frau. Deswegen ist das vielleicht auch noch so ein anderes Gefühl, oder? Wegen, äh, Solospiele. Aber ich denke, wenn man jetzt Let's Play'd, könnte man hier... Ich rede ja über ein Mikrofon, oder? Könnte man jetzt theoretisch auch dieses Spiel zu zweit genießen, ja? Einer zockt es, der andere kommentiert es. Oder beide kommentieren da ein bisschen was. Kann man ja auch machen. So, wir schauen uns hier kurz das mal an. Eine Plage scheint hier gewütet zu haben. Jedenfalls, wie gesagt, ich mag das. So, Spiele, wo man so ein bisschen abschalten kann. So ein bisschen einfach das Spiel genießen, woran dieses, äh, diese Kunst... Ja, ein Spiel ist ein Kunst. Eine Kunst. Ein Spiel ist sozusagen das, was man... Wie soll man das sagen? Die Dinge verschwinden zwischendurch hier einfach. Ähm. Ah, das ist ja trotzdem noch zu den anderen. Okay. Weil wir haben ja hier auch noch andere Pölze und so weiter und so fort. Egal. Jedenfalls, es ist ein Kunst, ja? Normalerweise ist so ein Kunstwerk, stellt man sich eher so ein Bild vor, wo man denkt so... Ja, was soll man damit anfangen? Aber wenn man jetzt hier, so sagen wir, ein Screenshot macht, würde ich das auch als ein Kunstwerk anschauen, ja? Aber das ist ein dreidimensionales Kunstwerk, ja? Und nicht nur das, auch die Musik dazu. Alles, ja? Auch ein Film kann ein großes Kunstwerk sein. Ja, wir brauchen jetzt natürlich diese Tiere, wo fliegen können, glaube ich jedenfalls. Und auch sowas zu genießen, ja? Ich mag es dir auch anzuschauen, hey, wie ist das Spiel programmiert? Wenn ich das und das mache, wie reagiert das? Die Umgebung und so. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel durch das Gras laufe. Funktion... Ja. Das wird hier ein bisschen runter gemacht, oder? Was haben die Entwickler hier alles gedacht? Und wie ist die Story aufgebaut? All diese kleinen, netten Details. Das mag ich so an Spielen. Für mich ist es wirklich Kunst. Und bei so Triple-A-Spielen muss ich einfach sagen, dass es zwischendurch einfach so, ja, hingeklatscht, sag ich mal. Bei manchen, da fehlt mir die Kunst. FIFA zum Beispiel, da fehlt mir die Kunst mittlerweile. Es baut immer mehr oder weniger auf das Alte auf. Es ist immer nur Fußball. Sorry, für die, die Fußball mögen. Ich mag die Sportart, ja. Aber nicht zuschauen oder von der Glotze das Spielen. Sondern selber aktiv Fußball ein bisschen spielen. Also aktiv, ich sag mal, ein bisschen herumrennen und den Ball irgendwo ins Tor. Schießen, ja. Jetzt nicht in einem Club mitmachen. Das ist für mich nicht wert. Sorry. Das wollte ich einfach mal zu FIFA gesagt haben. Und FIFA ist ja mittlerweile einfach nur... Für mich ist es... Ja, es gibt vielleicht eine Story und so. Es gibt ein neues Ding. Klar, die Story ist wahrscheinlich auch eine Kunst, die man sagen kann. Aber für mich ist das jetzt nichts. Ich liebe Fantasy-Spiele. Und das ist ja auch ein Fantasy-Spiel. Weil es auch eine Fantasy-Geschichte hat. Ach stimmt, das sind ja die Tiere, wo sie sich vergraben können. Ich dachte immer, die anderen kleinen putzigen Dinger, wo sie nur rollen können, sich vergraben. Aber das ist ja gar nicht so. Also diese hier, wo gerade wegrennen. Und hier hatten wir eine Blume. Okay. Die sind aber hier runtergefallen. Na ja, jedenfalls. Ich mag so, Solo-Spiele. Und ich meine, wenn ich ja jetzt Multiplayer spielen will, dann nehme ich auch Multiplayer. Das ist nun mal so. Er hat gedacht, ja, du kannst ja auch in... Also er spielt Black Desert. Also nichts gegen dich, ja. Ich bin... Fand es unterhaltsam gestern, mit dir zu reden. Was du dieses Video schauen solltest. Ich finde das jetzt nicht, äh... Also... Ich meine es nicht böse, ja. Stehe mich richtig. Ich finde es einfach auch... Ja, klar. Eben. Ich finde es schön, bei Multiplayer, mich mit anderen Leuten zu unterhalten. Aber eben, wenn ich sowas spielen will, dann... Oder ein Multiplayer spielen will und mich unterhalten will, dann spiele ich auch sowas, ja. Aber ich mag, dass es immer und überall online sein und so... Also dieses heutige, da... Diese Medien und so... Facebook und Twitter und Instagram und was auch alles gibt. Du musst immer on sein. Und die Leute haben irgendwie Angst, irgendwas zu verpassen. Das finde ich völliger Bullshit. Es gibt ja Leute, die wohnen irgendwo in einer Waldhütte. Und ich meine, ich hätte jetzt kein Problem mit so... sowas, ja. Du mal Internet hast und dann kannst du halt... Also, wenn du Strom hast, dann hast du so ein Solo-R-Panel auf dem ganzen Ding oben. Dann kannst du ja... Ähm... Wie du willst. Einfach mal ein Spiel spielen und aufnehmen und, äh... Genau. Vielleicht auch mal online sein. Aber ich hätte jetzt damit kein Problem, dieses sozusagen Ein-Sieler-Leben. Wenn du einen Hund oder sowas hast, dann, äh... Ja. Ah ja, wir können ja hier... Das habe ich schon gesehen im Trailer. Dem Neuen. Jawohl. Was sind das? Ähm... Sorry. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie man die nennt. Hä? Kann ich auch zu dem hin? Gut. Jawohl. Kleine unsinnige Dinge. Kleine Albernheiten. Genau, so haben die das genannt. Rennen kann er dafür nicht. Also, wenn ich eben die Renntaster drücke, dann macht das sie. Na gut. Ich lasse dich wieder laufen. Was seid ihr hier? Solospieler? Oder würdet ihr sagen, immer online sein, ne? Immer Multiplayer und ihr habt sonst Angst, irgendwas zu verpassen. Auch irgendwie bei WhatsApp oben immer online sein müssen. Und ja, man weiß ja nie, vielleicht schreibt ja jemand und vielleicht wurde, äh... Hat man ja wieder irgendwelchen Likes bekommen oder ich weiß auch nicht. Die Menschen hier hatten nichts. Und trotzdem hast du mit anderen geteilt. Ist das Waila? Du siehst so schwach aus. Du musst essen. Was denn essen? Es gibt nicht genug für alle. Das ist alles so falsch. Wir müssen sie aufhalten. Nichts wird sich ändern, wenn wir nur untätig rumsitzen. Nein, nicht so. Du musst sie lehren. Sie werden es verstehen, bitte. Verstehen? Sie verstehen gar nichts. Hör dir doch nur selbst zu. Gewalt führt doch nur zu noch mehr Gewalt. Ich kann nicht glauben, dass gerade du mir nicht beistehst. Gut. Ich werde das auch ohne dich schaffen. Was ist hier passiert? Es ist wohl vor langer Zeit niedergebahnt. Wolf, ist das... Wolf, ist das... Ist das dein Zuhause? Tut mir leid. Weißt du, was passiert ist? Ja, da kommen hier nur wieder Gamesünden hin. Sagt so. Ja, der Protologe. Es wird uns einfach immer erklärt. Eigentlich weiß es ja, die Person, wo wir das spielen, weiß ja, wie das Ganze passiert ist. Aber da wir das ja nicht wissen, muss das ja uns erzählt werden, ja? Zu Gamesünden, ne? Der wird hier wieder einiges finden. Naja, gut. Er wird sagen, gut. Fantasy. Aber das ist halt schon so, auch in vielen Spielen. Es wird eigentlich uns immer erklärt, wer wir sind, zum Beispiel. Wie wir heißen. Dabei sollte man ja das eigentlich wissen. Also, aber da wir ja den spielen, muss das ja uns erklärt werden, weil wir es ja selbst sonst nicht wissen würden. Also, versteht ihr, was ich meine? So ein Problem. Und in den Filmen ist das ja auch nicht immer viel anders. Also in manchen. Okay. Endfalls interessant. Ich denke, er hat halt die überfallen, die ihm das Zeug eh genommen haben und wurde halt so zum Bandit. Vielleicht hat er dann mehr gemacht, als er eigentlich sollte. Oh. Können die das Ding auch essen hier? Ich bin mal schon. Haha, ich glaube dir es. Haha. Oh. Der macht das hier übrigens, wenn man Y-Silon drückt. Na ja. Die haben echt Angst vom Wolf. Aber anscheinend wurden wir ja da anführern. Oh. Ups. Ach so, wir müssen zu den Tieren werden. Gut. War schon mal hier. Also, wie ihr-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müse-Müsel. ich glaube das ist echt zum rollen gemacht hier wie einfach die vögel hier auch verscheuchen ja wieso mache ich denn diesen unsinn eigentlich ja gut entsteht irgendwas von von dingen zerstören als errungenschaft und deswegen mache ich das einfach mal vielleicht kriege ich ja das und ich brauche die errungenschaft ehrlich gesagt auch nicht ich finde das auch bescheuert immer mit diesen errungenschaften klar wenn man ich sag mal wenn man lange weile hat um ein ziel zu erreichen ja aber wenn man da wenigstens was bekommen würde für diese errungenschaften ich nehme zum wunder wie lange es dauert bis wir zu einem papagei werden können und ja die zeit ist wieder vorbei dann würde ich sagen liebe leute wir sehen uns im nächsten paar wieder von der lost embers das macht's gut und bis zum nächsten mal wenn sie da los embers also schaltet beim nächsten mal wieder ein und nicht vergessen ja und ihr dürft mich gerne abonnieren und auch sonst unterstützen also ihr könnt diesen part gerne teilen diese videos oder auch meinen kanal auf social media ich wäre jedenfalls froh darüber danke liebe leute und macht's gut tschüss